Ihr wollt schon immer mal feinde Blöcke spawnen lassen? Ja, heute erkläre ich euch wie das ganze funktioniert. Ihr könnt euch jetzt hier zum Beispiel einfach slash Falling Block eingeben. Et voila, der Block der in eurem Eventar ist, spawnt über euch und fällt auf euch runter. Das ganze könnt ihr mit jedem x-beliebigen Block machen, zu jedem x-beliebigen Item, was halt auch prinzipiell gespawnt bzw. platziert werden kann. Und wie das ganze funktioniert seht ihr nach dem Intro. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, wie ihr seht, ich habe hier ein vorgefertigtes Projekt. Ich habe schon mal ein paar Sachen hinzugefügt, nämlich eine Main-Klasse und eine Plugin-Utils-Klasse sowie den Plugin YML. Hier in der Plugin YML ist es wichtig, dass ihr die API-Version auf die 1.13 setzt. Wenn die 1.13 oder 1.14 nutzen. Für alle anderen ist das nicht wichtig, kann aber sonst zu Legacy-Support- Fehlern kommen und die könnt ihr damit verhindern. So, und um unseren Falling Block zu spawnen, brauchen wir als erstes einen Comment. Dafür machen wir einfach eine neue Klasse, in diesem Fall einen FallingBlock-Comment. Jetzt werden wir einen Comment Executor dafür nutzen. Für die Leute, die noch nicht mit Comment Executoren gearbeitet haben, die sollten jetzt in diesem Fall einmal oben auf die Infokarte klicken und einmal sich das ganze angucken, wie das ganze funktioniert. Denn ohne Comment Executor kommt man hier halt nicht weiter. So, dann implementieren wir einmal sozusagen unsere Standard-Methoden. Dann setzen wir den Comment Sender Sender, Comments CMD, String CMD Label und String Arcs. Return das unten auf True. Ansonsten würde es die Rückgabe geben, was wir angegeben haben. Jetzt müssen wir einmal abfragen, ob sozusagen unser Sender ein Spieler ist. Das machen wir mit Sender Instance of Player. Als if Abfrage. Dadurch wissen wir sozusagen, wir brauchen einen Spieler, wenn wir einen FallingBlock spawnen wollen. Das können wir nicht mit der Console machen. Deswegen fragen wir es hier ab. Dann machen wir einmal Player Player ist gleich Casted der Sender zum Player. Also einmal Cast Player Sender. Damit habt ihr das ganze schon. Jetzt wollen wir aber abfragen, if Player.getInventory.hasItemInMainHand. Nicht gleich Nahe. Damit fragen wir jetzt ab, ob das Item, was er in der Haupthand hat, aktuell nicht Null ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt er weiter. Ansonsten würde ich jetzt eine Ausgabe kommen, die können wir gleich mal eben schreiben. Nämlich, dass er ja keine Item in der Hand hat. Jetzt haben wir aber den Fall, dass er eins in der Hand hat. Dann nehmen wir Material. Material Material ist gleich Player.getInventory.getItemInMainHand und dann .getMaterial.getType. So, damit habt ihr euren Type. Den kann ich hier als Material und jetzt könnt ihr den vorigen Block spawnen. Das macht ihr relativ einfach, indem ihr euch erstmal eine Blockdata baut. Das heißt Blockdata.data ist gleich bucket.createBlockdata aus unserem Material. So, damit erstellen wir uns eine Blockdata. Die müsst ihr einmal importieren über OrgBucketBlockdata. Und jetzt wollt ihr noch euren Block spawnen. Das heißt, wir nehmen in diesem Fall dann Player.getWorld.spawn.fallingBlock. So, und hier müsst ihr eure Location und die Blockdata auswählen. Location haben wir noch nicht, aber die Blockdata übergeben wir schon mal. Darüber schreiben wir uns einmal eine Location. Das ist LocationBlock ist gleich NewLocation. Daran übergeben wir Player.getWorld. Dann Player.getLocation.getX. Dann nehmen wir noch Player.getLocation.getY. Hier machen wir plus 10, damit ihr zehn Blöcke über dem Spieler spawnen. Und dann nochmal Player.getLocation.getSet. So, damit haben wir auch schon das Ganze. Jetzt haben wir sozusagen unsere neue Location erstellt. Das heißt, wir ändern einmal sozusagen das y um 10 Blöcke nach oben. Und dann übergeben wir hier an dieser Stelle halt die Variable.lock. Damit spawnen jetzt sozusagen zehn Blöcke über dem Spieler einen Block. Wenn er aber ja nichts in der Hand hat, soll er eine Nachricht zurückgeben. Das heißt, wir senden hier in diesem Fall PePlayer.sendMessage. Und dann senden wir ihm mit Paragraph C, du musst ein Item in der Hand halten. Aus dem Zeichen. So, damit haben wir sozusagen jetzt schon unseren Comment geschrieben. Wenn ihr noch eine Permission abfragen wollt, solltet ihr nochmal hier das hinzufügen. Wer noch nicht weiß, wie es geht, gibt es hier oben auch nochmal ein Tutorial. Da erkläre ich nochmal, wie ihr das mit Permissions macht. So, und dann gehen wir jetzt nochmal in die Utils, in die Plugin Utils. Hier müssen wir einmal unseren Comment laden. Das heißt, wir gehen hier auf tutorial.m.getComments. Dann nennen wir den FallingBlock. Und dann unseren Comment Executor. Das ist in diesem Fall NewFallingBlock.comment. Damit wird ein neuer FallingBlock.comment als Instanz erzeugt und als Executor übergeben. Jetzt müssen wir noch einmal unsere Plugin-WMail, einmal den Comment hinzufügen. Das solltet ihr aber auch kennen. Das heißt einfach hier FallingBlock. Wenn ihr die Infos hinzufügen wollt, könnt ihr es hier drunter machen. Ich schreibe es jetzt in diesem Fall nicht. So, das war es auch schon sozusagen von unserem Coding. Und ich zeige euch jetzt hier, wie das ganze Plugin funktioniert. So, nochmal ein kleiner Nachtrag meinerseits. Die Abfrage auf null solltet ihr nochmal hier erweitern. Beziehungsweise verbessern. Einmal das auf null abfragen. Es kann aber auch sein, dass ihr prinzipiell hier r habt. Das heißt abfragen und und nicht gleich Material.er. Wobei ihr hier in diesem Fall bei dieser Abfrage nochmal einmal hier nach ein Punkt GetType hinzufügen müsst. Nun könnt ihr halt sicherstellen, dass auch wenn ihr sozusagen nur Luft im Inventar habt, auch dahingehend sozusagen euer Inventar gecheckt wird. So, nun befinden wir das auch schon wieder in game. Jetzt wollen wir einfach mal den FallingBlock spawnen. Ich nehme jetzt erstmal nichts in die Hand. Ich gebe ein Slash vor den Block und ich werde sehen, du musst ein Item in der Hand halten. Jetzt nehme ich zum Beispiel das Jungle Lock. Ich gebe ein Slash vor den Block. Und et voila, der Jungle Lock fällt von oben nach unten und bleibt dann hier als normaler Block stehen. Das ganze kann ich jetzt mit jedem x-beliebigen Material machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch einen Piston nehmen. Ich kann ihn jetzt hier einmal als FallingBlock spawnen und er fällt runter. Das gleiche könnte ich jetzt zum Beispiel mit einer Pressure Plate machen. Das müsste auch gehen. Seht ihr auch hier Pressure Plate fällt runter. Das könnt ihr eigentlich prinzipiell jetzt glaube ich mit jedem Item machen. Das funktioniert. Das könnte eventuell noch zum Beispiel zu einem Fehler kommen, wenn das Item tatsächlich so etwas ist wie das hier. Das könnt ihr nämlich nicht als FallingBlock spawnen. Seht jetzt, da gibt es einen internen Fehler. Da müsstet ihr dann halt entsprechend abfragen. Prinzipiell könnt ihr aber sozusagen jedes Material nehmen und ihr könnt es natürlich auch an anderen Stellen nutzen. Und müsst nicht zwingend das Material des Spielers übergeben. Ich hoffe euch hat das Video ansonsten gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video doch noch einen Daumen nach oben da. Und gebt dem Kanal ein Abo, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.